Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Angezockt. Heute spielen wir mal Wrong Floor und der Entwickler ist N4BA oder Naba. Also wir steigen offensichtlich in einen Fahrstuhl ein und der Fahrstuhl stürzt ab und wir landen im Keller. Und der, der im Keller wohnt, der mag das gar nicht. So, dann wollen wir erstmal gucken hier. Ja, ähm, Kamerashake, Dot, ja, keine Ahnung was. Auf, in den Aufzug und auf in den Keller. Ich hab keinen Plan, ich spiele ganz blind mit euch. Äh, okay. Das läuft doch alles, ja. Also hier können wir nicht rein. Und das? Ach, Müllsack. Können wir hier hoch? Können wir laufen? Better use the elevator. Okay, also wir müssen tatsächlich mit dem Fahrstuhl fahren. Wir sind im achten Stock und stürzen mit dem Fahrstuhl ab. Na, guten Tag, au. Okay, warte mal. Okay. Na, komm schon. Na, komm schon. Ah, okay. Alles klar. Gut. Wo wollen wir denn mal hin? Äh, eigentlich ins Erdgeschoss, oder? Geht nicht. Zwei geht nicht. Drei geht nicht. Vier nicht. Bin ich, bin ich sechst. Zehn. Okay. Dann eben. In die zehnte Etage. Hallo? Alles klar. Nice one. Hallo? Nein, nein, nein. Oh. Da ist eigentlich der Fahrstuhl. Alles klar. Weil der hier unten bunt raucht. Da ist eine Lampe. Oh, ich seh doch gar nichts. Also, es ist mindestens genauso schwarz bei mir wie bei euch, denn hier ist überhaupt gar nichts. Kann ich hier irgendwas, erstmal eine Kippe rauchen oder was trinken? Oh. Oh. Oh, okay. Warte mal. Ich kann die Lampe drehen. Nee, in die andere Richtung. Hallo? Äh, nein, was hier? Okay, der Fahrstuhl ist aber noch da. Können wir wieder nochmal da drauf drücken? Need to turn on the elevator. Yeah. Was muss ich? Was? Geh mal weg da. To turn on the elevator generator. Der ist ausgefallen. Aha. Alles klar. Also, Moment. Da habe ich... Nee. Komm mal hoch. Okay. Wo ist es ein bisschen tricky? Das sieht aus wie ein... Oh, ich seh doch gar nichts. Ich seh nichts. Oh, hier ist ne Tür. Okay, warte. Ah, die ist zu. Okay. Oh, müssen wir da durch diesen schmalen Gang? Da, da. Oh, diese Lampe, ne? Hallo. Nein. Nein. Wieder zurück. Die Richtung. Stopp. Stopp. Okay. Ich seh doch gar nichts. Äh, ja. Hier ist die Tür. Hier kann ich nicht hin. Nee. 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 Was haben wir hier? Kann ich irgendwie crouchen? Irgendwas nehmen? Nö, kann ich nicht. Oh, ist die Lampe tricky. Komm mal hoch. Und ein Stück darüber. Okay. Wenn gar nichts hilft, dann das Prinzip immer an der Wand lang. So einfach ist das. Okay. 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 Ähm, ja. Oh, ich seh gar nichts. Warte mal. Ich will gerade noch was gucken. Wollt ihr mit dem Ende sehen? Kamera shake. Nee. Scheiße. Hier vielleicht irgendwo. Warte mal. Nee, ähm. Da ist der Fahrstuhl. Ist denn hier vielleicht noch irgendwo eine Tür oder so? Nee, andersrum. Die ist doch zu hier. Nö. Geht nicht auf. Ach, guck mal an. Da ist ja noch ein Loch. Nice one. Oh, hier sieht man wenigstens auch ein bisschen. Rotatui. Ernsthaft? Da liegt jemand. Oh, der liegt aber auch schon ein bisschen länger da, würde ich sagen. Oh. Der hat irgendwie ein bisschen Fleisch verloren oder so. Oh, pfui. Okay, warte mal. Was war das? Wir haben gerade Mitternacht bei mir. Das passt ja unglaublich gut. Ich sehe hier, das sehe ich nicht, ob da was liegt. Das ist ein Feuerlöscher. Warte. Warte. Ih, hört ihr die Geräusche? Oh, ist das... Oh, wir haben eine Taschenlampe. Ja. Aber eine, die wohl wieder nicht geht, oder was? Oh, nee, hör auf. Okay. Ja, hier liegt was am Boden. Irgendwelche Eingeweide oder so. Oh, Taschenlampe, bitte. Nein, 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 was? Was? Nein. Äh. Okay. Okay, 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 okay. 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 Okay, von da kommen wir. Geht nicht auf. Oh, Mann. Bleib an. Okay, hier sind wir jetzt wieder, wo wir angefangen haben. Dann gucken wir doch mal hier. Was ist denn das hier? Ach, guck mal an, hier ging es doch weiter. Ich habe das nur nicht gesehen. Okay, das ist mit Bretter verschlagen. Attention, extremely dangerous. Maniac. Was? 2,50 Meter hoch, 30 Jahre alt. Ja, der zerschneidet alle Körper, was? Heimatlos. Der versteckt sich in runtergekommenen Buildings und Kellern. Die Polizei bittet um was und Informationen. Äh, okay, ja, okay, 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 okay. Auf jeden Fall ist hier eine Mütze. Ist hier irgendwas nicht in Ordnung? Oh, pfui, Geibel, was ist das hier? Eingeweide. Wer wohnt denn hier unten freiwillig im Keller, wenn hier so ein Typ rumläuft? Okay, warte mal. Can be broken with a crowbar. Sollen wir denn jetzt ein Nagelleisen herkriegen? Okay. Oh, der hat die Tür hier eingeschlagen. Guck mal. Guck mal. Geh weg. Geh. Weg. So, und jetzt geht die Taschenlampe aus. Und dann stehen wir wieder da. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir dem in die Arme laufen. So, nach dem Motto, ne, ja, hast du noch zwei Leben oder so. Zwei Meter fünfzig. Oh, ja. Geht's da hinten weiter? Würde ich mal an dem vorbeischleiten. Hier geht's weiter. Okay, was haben wir hier? Was steht da? Tools. Okay, gut. The code behind the red cabinet. Toll. Wo ist das? Wo ist der rote Schrank? Schrankkabinett ist ja wohl ein Schrank oder irgend sowas, oder? Okay, der ist wieder weg. Hä? Haben wir irgendwo einen roten Schrank gesehen oder sowas? Okay. Keine Ahnung. Betonsack oder irgendwas. Ich möchte doch nur den Elevator reparieren. Lasst mich doch in Ruhe. Und der... Ach, der kann ja auch laufen. Stimmt ja. Da war ja was. Taschenlampe. Würdest du vielleicht noch... Rotes Kabinett. Okay. Hier ist ein... Wie soll ich denn da dahinter kommen? Kann mir das mal einer verraten? Der kann jetzt springen. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Weil hier ist ja noch einer. Warte. Da! Was ist denn das? 1990. Okay. Ja, ja. Ja, äh. Hallo! Geh da raus! Nein! Quatsch! Okay, gut. 1990. Ah! Ich folge dir! Ich lasse keinen rein. Das ist viel zu spät. Mach ich nicht. Nein! 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 Weg! Okay, wie drehe ich... Nein, 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 nein. Wie drehe ich denn das jetzt? Scheiße. Was? Was? Okay, so ändere ich das. Und wie mache ich... Wie mache ich denn die Zahlen? Ah, da. Warte. Okay. Nee, so rum. Was? Ach so, ist auf. Okay, gut. Okay, 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 da liegt eine Wasserpumpenzange. Wir brauchen eine Crowbar. Genau. Brauchen wir sonst noch was? Oder können wir sonst noch was mitnehmen? Toolbox. Nee. Nee. Crowbar war das mit den Brettern, ne? Hä? Glaub ja nicht, dass ich da rein... Hä? Hat sich wieder alles geändert hier, wie so oft in den Horrorgames. Ich will doch jetzt nicht da... Ich geh doch da nicht rein und setz mich auf den Stuhl. Nee, hier haben wir den... Das Nageleisen hier. Warte, warte, warte. Hier geht's auch noch weiter. War das jetzt unser... Unser Schatten? Mann! Wo war denn das jetzt mit den Brettern? Och, ich kann mir doch nichts merken. Bei der Leiche war das doch nett. War das hier? Ja. Ah, guck mal an. So. Nee. An, auf, zu. Was muss ich hier machen? Okay, geht der Fahrstuhl jetzt wieder, oder was? Sind ja nur zwei Sicherungen drin. Warte mal. Hier vielleicht jetzt nochmal? Nein. Hässlicher Vogel! Scheiße! 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 Oh, mein... Dummes Schwein! Jetzt ist das Bild auch weg! Oh, ich darf nicht so schreien! Geht auf die Stimme! Scheiße! Okay. ganz ruhig! Ganz ruhig! Du bist aber ein Hübscher. Ih, der bewegt sich auch noch. Ih, der bewegt sich. Der guckt uns nach. Was soll ich jetzt machen, wenn ich mich jetzt nämlich rumdrehe? Weil ich will gucken, ob der Fahrstuhl geht. Kannst du mal weggehen da? Hat ein Loch in der Brust. Soll ich ihm mal ein Küsschen geben? Ich weiß nicht, was jetzt passiert, wenn ich dem zu nahe komme. Im Grunde genommen passiert da gar nichts. Der steht mir einfach nur im Weg, dieser Idiot. Alter, ist der hässlich. Ich weiß nicht, was ich mir geht. Ich weiß nicht, was ich? Ich weiß nicht, was ich jetzt passiert. Ich weiß nicht. Fahrstuhl, geh auf! Geh auf! Geh auf, Fahrstuhl! Geh auf! Ich kann die Zahlen gar nicht drücken. Warte, 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 warte. Ich treffe das nicht. Hilfe! Hier, Uschi, geh weg jetzt hier. War nicht so eine Hektik. Es endet. Schön! Ja. War so ein bisschen gruselig. Aber ich fand's cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein Jumpscare dabei, alles ist gut. Ja, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß dabei. Und freue mich auf das nächste Gezockt mit euch. Bis dann, ihr Lieben. Ciao!